Hallo meine lieben Erdlinge. Ich befinde mich im Moment in so einem harmonischen Zustand. Die Sonne scheint. Ich habe Urlaub. Mein Kätzchen liegt neben mir. Die Vögel zwitschern. Ich entspanne mich und genieße diesen wundervollen Tag. Das nennt man Karma, meine Lieben. Nichts kommt einfach nur so. Man muss an sich arbeiten, seine Ziele verfolgen, sich selbst lieben und sich geistig weiterentwickeln. Wenn ihr alles richtig macht, dann werdet ihr euch auch an einem schönen Ort befinden. Wenn ihr ein spirituelles Leben führt und euch intern entwickelt, dann führt euch die innere Harmonie zum physischen Paradies. Ich lese hier gerade das Buch, das Wirken der Unendlichkeit und genieße einfach meinen Tag. Meine Katze liegt hier. Die ist jetzt gerade am Essen. olabilirsekt rifling. Unter Montaggio einer systemskronische 2 4 5 1 4